Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Mountain Blade Warband mit der Mod Chancellor of Skalradia Version 2 und der Staffel 3 und ja, in der letzten Folge ist mir durch meine Ungeschicktheit das Spiel abgestürzt, während ich die Option verändert habe und wir müssen die Belagerung von vorne spielen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht leckt, wenn wir in diesem Burghof sind. Und wir bleiben mal hier und unterstützen unsere Männer hier. Ja, 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 ja. So, ist jetzt etwas sehr blöd gelaufen, aber gut, das meiste kennt ihr ja schon. Ja, ganz schön, Beilung. Fahr schneller, das ist der Opcom, ich will prügeln. Ja, linesne,ision. Okay, bitte. Ch ed è in diez, diez, diez zuenden. noch keine Verluste und 22 getötete Kegyton und irgendwas kitzelt an meinem Rücken das sieht echt beschissen ungesund aus hallo und dann da naja die Lecks sind böse böse ich schreibe jetzt wieder runter und 25 weiss 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 also weiss 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 Das war doch der Heer-Tippe, gleich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich finde es aber nett, dass die Elite des Gras hier in der Erde hellen. Das ist ja ganz lieb gemeint von denen, aber leider sehr dumm. Eine", ja, klar. Das war's für heute. Ich habe immer mich total gerettet, nein." Köln-Ratische Fuß, Skirmischer, Spearman, Archer, Man-at-Arms, Lady-at-Arms, Schild-Meiden, Landsknechtsarmbrustschützen, Kalralische Border-Gards, Klingenschwestern, Saraniden, Saraniden und Saraniden. So, acht auf Nordröhrskal, vier Swadische Ritter, neuer Veteran, neun neue Waffenknechte, sechs neue Burgenschützen, elf neue Veteranburgenschützen. Und ich bin pleite. Läuft bei mir. So, die Reiter und Lanzenreiter nehme ich gefangen. Pfeifen wir mal auf die Items. Wer hat denn jetzt noch keine Burik? Alle haben Burgen. Wer soll sie haben? Schwierig, schwierig, Durst. Man kriegt sie Radon. Weiter, weiter, Kommission. Nicht genug Geld. Okay, dann gebe ich dir mal diese Raniden hier, diese Klingenschwestern. Ich gebe dir einfach mal die ganzen Kanran hier. Bis zum Ballästenschützen. Bis zum Ballästenschützen. Die kann er alle haben. So, für den Rest brauche ich mehr Geld. Und hier ist leider keiner meiner Männer. Na gut, dann ziehe ich mal schnell nach Isham hoch. Dann gehe ich mal in die Burg, weil wir brauchen Geld. Dann hebe ich mal ein bisschen was von der Staatskasse ab. Äh, dazu brauche ich nicht die Jumbolein. Ich Value anger meint Und ich hab's ja Die Trfrüge da sind in der Hier haben wir volle machen wir den Nordhuskal hoch, die Bogenschützenveteranen hoch und machen uns direkt auf den Weg nach Nara 4 Stunden 8 Barongolassen unterstützt uns, das freut mich natürlich so so Ich habe mir den Weg geholfen. Ich habe mir den Weg geholfen. flach wird ja die hier geht ob sie die Schale irgendwo lasst das ist nicht schon der Mist außer die Männer sind ja nicht gekommen die die der menschen rauskupiert ich bin dann reinkubiert, also wie Claude quasi, was ich privat selber tun wissen, sondern kann auch nicht. Ich habe Folgen da. Und, wow. Let's play kam dann kurz nach der Folge, die ich aufgenommen habe, der im Friedensangebot im GmbH im Privatspeicher, habe ich abgelehnt, habe beide gefördert. Ich bin dann sicher, dass ich die Entscheidung gut vorgelebt habe. Ich bin dann sicher, dass ich die Entscheidung gut vorgelebt habe. Ich bin dann in der Kolbe. So. 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 Was macht der Saranen die Speisenburgschutz? Das war's. Cool, Selfie time. Wir haben nur drei Mann verloren, unsere Verwundeten. Okay, insgesamt haben wir vier Mann geschlossen und sind tot. Das ist jetzt nicht vier, im Vergleich zu dem. Und neun Mann wurden verwundet. Ja, okay. Nee, Remus regelt. Borgenschützen hinterrücks erschossen. Klopf, klopf. Nein, nein, hier geblieben. Boah, hier gefällt's mir. Kann man so lassen? Oh, attackieren hier schön. Allerbeste, pikemen, mercenary, heavy crossbow, noblewoman, higher 200, schild meiden. Saranen die Schemeistergundcareная, S ilebte hat tier nuestras verbunden. mein gott so viele coole soldaten das meiste kommt erst mal in die rubrik garnision alles andere wir nehmen uns da weiter geht's ich bin da absichtlich nicht weil das gibt ehrenverlust und ehrenverlust ist ein bisschen arg nicht so cool so ihr kommt weg 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 ihr hier dann bleiben wir hier 43 40 50 das war die schritte lasse ich jetzt mal nicht hier und dann gehen wir mal zur Burg die wiedersehen gut constable das machen wir alles nächste folge dann nimm mein Geld, weiterziehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss für diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.